Ist das Ding Weihnachtsmann? Es war ein anstrengender Drehtag heute. Ich kann das alles nicht mehr, Jungs. Ich liebe meinen Nikolaus. Wir haben hier gerade einen sehr guten Clip gedreht. Hat Luki ein bisschen gekocht, sind wir mal ehrlich. Wurde ich sagen, auf zum nächsten Spot, Jungs. Ich bin bereit. Ich drehe gerade meine Geschäftskleidung an. Ich habe hier einen dicken Schmürker zum Filmen. Ich kann mich nicht selber filmen, weil ich habe keine Innenkamera. Ich kann nichts changen. Wir drehen jetzt gleich den ersten Shot. Geiles Wetter. Der Trail ist auch nicht mehr so matschig. Ja. Der Trail ist noch früh am Morgen. Du cruist irgendwo ein Heli. Wir suchen uns. Wir suchen uns echt. Geiles Bike, ein bisschen geputzt mal wieder. Und ich hoffe es wird jetzt ein geiler Shot. Ja, denke ich auch. So, hä? Fahrrad hochschieben macht keinen Spaß. Ja, das ist schon mal ein nerviger Teil. Wir brauchen einen Bühnenbauer, der uns immer die Fahrräder hochschiebt. Ich schwöre. Nachher darf ich auch die ganzen Dinge hochschieben. Schön hier. Sonne. Ich muss mich auch noch stellen. Dort will man mehr, hä? Geiles Wetter. Geiler Trail. Geile Leute. Geiler Weihnachtsmann. Geile Cam. Fahrrad hier an. Ja. Genießen sie das schön. Die Schönheit. Der deutschen Wälder. Ja. Gerade die Steilkurve geflitzt. Überlegen wir uns, wenn wir das Feature gut mitnehmen. Die Hip. Hat sie ja bestimmt schon im Video gesehen. Im Weihnachtsvideo? Genau. Äh ne, im Game of Bike. Ah, ey, ey. Ja, auch im ersten finde ich es, wenn Vivi auf die Augen gesehen hat. Genau. Wie wir das jetzt mitnehmen. Hier darf ich nachher irgendwie runter brettern. Freue ich mich schon drauf. Ja. Suche gerade einen Spot. Ja. Gehe gerade die Kamera. Kamera Angle suchen. Ich fahre ja dann hier an der Steilkurve nahe an der Kamera vorbei. Dann macht man so ab hier, wo ich so ganz close noch vorbeifahre. Und dann bin ich da so schön drüber ziehe. Kriegt man hin. Du musst nur auf Go drücken, oder? In dem Fall. Passt. Wieder Stative Kamera. Mein Lieblingsjob. Ja, ja. Also Leute, wir laufen jetzt gerade zu der Location. Wo wir gleich in unserem nächsten Poloshoot oder so einen Videodreh haben. Wir sind halt umweltbewusst unterwegs, deswegen wir laufen halt dahin. Wir fahren nicht dahin. Wir sehen uns gleich bei der Location Jungs. Ja. Also. Cut. Ich kann es aber auch nicht mit dir filmen. Also direkt auf den Holz. Wir sehen uns gleich mal wieder. Wie bist du denn zu schnell? Du musst schon wissen was auf dich zukommt. Nein nein. Doch doch. Du musst dich ja auch erschrecken was ich da mache. Du musst dich ja gerade erschrecken was ich da mache. Also bist du bereit? Ja. 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 Ich hoffe mal dass wir das vom Schnitt her auch noch halbwegs gut geregelt kriegen. Ich habe auf jeden Fall eine mega geile Location. Wir müssen uns noch zu Ende gedreht haben. Und jetzt projekt fertig gedreht. Das ist nur noch fertig schneiden. Ja genau. Halbe Miete. Halbe Miete. Ja.